Eine Kerze für den Frieden, die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht. Für den Tag voll Traurigkeit eine Kerze für den Mut. Eine Kerze für die Hoffnung gegen Angst und Herzensnot, wenn Verzagts an Ungeglauben heimlich zu erschüttern droht. Eine Kerze, die noch biebe ist, als die wichtigste der Welt. Eine Kerze für die Liebe voller Demut aufgestellt. Dass ihr Leuchten den Verehrten für den Rückweg ja nicht fehlt, weil am Ende nur die Liebe für die Menschen wirklich zählt.